Nachdenkseiten Die kritische Website Karlspreis für das Kriegsmaskottchen und noch mehr Preispropaganda Ein Kommentar von Tobias Riegel Karlspreis für Selinski Kulturveranstalter, die rassistische Kriterien von Ukrainern akzeptieren, ein neues deutsches Ukraine-Zentrum, mutmaßlich für antirussische Meinungsmache, völkische Kriterien gegenüber Sportlern und noch mehr. Hier folgt eine unvollständige Übersicht über aktuelle Vorhaben in der Kulturpropaganda. Der internationale Karlspreis für das Jahr 2023 wird laut den Initiatoren am 14. Mai an den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und an das ukrainische Volk verliehen. Laut Medien ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Rednerin angekündigt, die Bild am Sonntag berichtete, dass auch Bundeskanzler Olaf Scholz nach Aachen kommen und die Laudatio halten wird. Zudem gibt es Spekulationen, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron anreisen könnte. Es wird also die ganz große Bühne geboten. Inhaltlich ist diese Auszeichnung für Zelenskys Eintreten für die Einigkeit Europas bizarr. Damit sagt man selbstverständlich nicht, dass der russische Präsident Wladimir Putin einen solchen Preis momentan verdient hätte. Es ist die fanatische, einseitige Parteinahme von EU-Politikern in einem Krieg, der nicht der unsere ist, die abzulehnen ist. Der Karlspreis für die eine Kriegspartei ist Symbol für diese Parteinahme, die gegen die Interessen der europäischen Bürger gerichtet ist. Eine weitere inhaltliche Frage wäre, ist mit der Auszeichnung für das ukrainische Volk wohl auch der östliche Teil dieses Volkes im Donbass gemeint? Mit Zelensky wurde das perfekte Maskottchen für die aktuellen geopolitischen Ablenkungen gefunden. Man stelle sich vor, diese Rolle müsste nun Petro Poroschenko ausfüllen. Zelensky verbirgt hinter seiner kumpelhaften Präsenz und seinem unrasierten Charisma teilweise gekonnt die Zusammenhänge, die zum Krieg führten. Eine wirkungsvolle Kombination für Emotionalisierung und Kitsch-Propaganda. Darum wird er seit Monaten auf den Videoleinwänden der westlichen Welt herumgereicht und wird nun in Aachen mutmaßlich auch für diese Darstellungen ausgezeichnet. Für Zelensky sind Show-Auftritte eine Rückkehr zu seinen Wurzeln als ein von ukrainischen Oligarchen geförderter TV-Star. Es geht nicht nur um den Karlspreis. Zahlreiche zusätzliche kulturelle und auch sportliche Bühnen werden momentan für antirussische und US-freundliche Propaganda genutzt. Außerdem soll ein entsprechendes Ukraine-Zentrum in Frankfurt-Oder gegründet werden. Indirekt zu erwähnen wäre auch der aktuelle Orden für Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Der Vorgang wird in einem anderen Text betrachtet. Hier folgt eine unvollständige Aufzählung. Kulturveranstalter akzeptieren Rassismus von Ukrainern Den Erich-Remark-Friedenspreis erhält dieses Jahr laut Medien die russische Schriftstellerin Ludmila Dzhevgen-Jezha-Ulitskaya, die seit März 2022 im Exil in Berlin lebt. Sie gelte als eine der wichtigsten zeitgenössischen Schriftstellerinnen Russlands, so die Begründung. Ihre kritische Haltung gegenüber dem damaligen sowjetischen und jetzt russischen Regime würde sie in Romanen und Erzählungen ausdrücken, die nicht nur die russische Tragödie des 20. Jahrhunderts widerspiegeln, ein Jahrhundert der Gewaltherrschaft und des Genozids. Sie spreche sich zudem gegen die aktuelle Kriegspolitik Putins aus und bezeichnet den Krieg gegen die Ukraine als Schande und als Wahnsinn eines Mannes. Ulitskayas Bücher sind laut den Berichten seit Februar 2023 in Russland verboten, was ich skandalös finde. Der ukrainische Zeichner Sergei May-Dukov werde in dem Rahmen mit dem diesjährigen Sonderpreis ausgezeichnet. Seit Beginn des Ukraine-Krieges würden seine Illustrationen zum Kriegsalltag in Kiew und anderen Städten der Ukraine in verschiedenen Zeitungen weltweit abgedruckt, unter anderem im Zeitmagazin, The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal und der Financial Times. In diesem Jahr wird die Auszeichnung zum 16. Mal vergeben. Allerdings, und das ist ein sehr fragwürdiges Zeichen der Zeit, werden die Preisträger getrennt ausgezeichnet. Zitat Zitat Ende Die Verweigerung der gemeinsamen Bühne und die folgende Trennung kommt von der ukrainischen Seite. O Ton des Künstlers. Ich habe bisher genug russische Präsenz in meinem Leben. Und sie wird toleriert, obwohl diesem Handeln mindestens indirekt rassistische Motive zugrunde liegen. Mehr als Ulitskaya kann man sich die westliche Sicht auf den Krieg kaum zu eigen machen. Sie vertritt diese Positionen so vehement, dass ihre Bücher in Russland skandalöserweise verboten wurden. Trotzdem wird sie vom ukrainischen Künstler geschnitten, weil sie Russin ist. Und die Veranstalter machen das auch noch mit und akzeptieren damit rassistische Kriterien im Umgang auf deutschen Bühnen. Im Artikel-Pamphlet erhält den Friedenspreis des Buchhandels haben wir zu vergleichbaren Handlungen geschrieben. Zitat Vielleicht kann der Schriftsteller nur bedingt etwas dafür, dass er zum Maskottchen der westlichen Kulturpropaganda auserkoren wurde. Auch mit seiner sprachlichen Verrohrung möchte ich nicht zu hart ins Gericht gehen. Als direkt mit einer Kriegspartei verbundener Künstler unter dem subjektiven Eindruck der Erlebnisse an der Front und unter Einfluss der harten ukrainischen Propaganda kann er sich gegen eine solche Verrohrung vielleicht nicht mehr wehren. Es ist aber etwas völlig anderes, ob man sprachliche Entleisungen wegen schlimmer Erlebnisse des Autors gerade noch nachvollziehen kann oder ob man diese teils rassistischen Entleisungen dann auf einer großen Bühne auszeichnet. Maidan und Krieg haben in der Ukraine einen befremdlichen kulturellen Zeitgeist entfesselt. Der Standard berichtet, dass, je länger der Krieg dauere, desto brutaler würden ukrainische Künstlerinnen auf ihre russische und russischsprachige Kollegschaft reagieren. Laut dem Bericht verfügt jede bloße Erwähnung von Russlandbezügen dabei über das Potenzial, einen großen Streit auszulösen. Dazu gehöre auch die Verleihung des Leipziger Buchpreises zur europäischen Verständigung, der am 26. April laut Medien an die russisch-jüdische Lyrikerin Maria Stepanova gehen soll. Selbstverständlich begründet die Jury die Auszeichnung damit, dass Stepanova dem nicht-imperialen Russland zu einer literarischen Stimme verhelfe. Weil sie aber dennoch immer noch Russin ist, behauptete etwa die ukrainische Lyrikerin Halina Krug Mitte März. Die russische Revanche schreitet voran. Mehr dazu in dem Artikel des Standard. Hier einige weitere Einblicke in den kulturellen Zeitgeist, der seit dem Maidan-Umsturz in der Westukraine entfaltet wurde. Manche Bürger geben nun Literatur russischer Schriftsteller zur Verarbeitung zu Altpapier ab, wie Medien berichtet haben. Anlässlich des Auftritts von Ananit Trepko in Wiesbaden – wir haben in einem verlinkten Artikel über die Debatte in Wiesbaden berichtet – forderte laut Medien der ukrainische Kulturminister, wir müssen die russische Kultur unter Quarantäne stellen. Das geschieht in der Westukraine auch bereits zum Teil, wie die Tagesschau berichtet hatte. Werke russischer Künstler hätten zwar ihren festen Platz im kulturellen Leben der Ukraine gehabt. Damit sei es seit dem Angriff Russlands vorbei. Programme werden geändert, Bücher geschreddert. Beunruhigendes aus Russland Eine weitere deutsch-russische Brücke wurde derweil demontiert, in diesem Fall von russischer Seite. Laut Medien hat Russland die Konten des Goethe-Instituts in Russland gesperrt. Der Bericht vermutet, dass das eine Antwort auf die Ermittlungen gegen das russische Haus in Berlin sei. Aktuell kommt eine sehr beunruhigende Nachricht aus Russland. Dort wurde gerade ein drakonisches Urteil gegen Wladimir Kara Mursa verhängt, wie Medien berichten. Laut SZ wurde damit zum ersten Mal seit dem Zerfall der Sowjetunion ein Oppositioneller wegen Hochverrats verurteilt. Zu 25 Jahren Haft. Auch US-Künstler und Sportler sollten nicht in dieser Weise büßen. Ein Feld der Propaganda, das der Kulturszene teils ähnelt, ist auch der Umgang mit Sportlern. Die Regierung in Kiew stellte laut Medien gerade 80 russische Athleten auf eine Liste. Sie sollen ein halbes Jahrhundert nicht einreisen und die Ukraine nicht überfliegen dürfen. Die Innenministerin Nancy Faeser droht laut Medien russischen Sportlern mit Einreiseverbot in Deutschland. Eine solche Behandlung für Sportler anderer Nationen wird hier keineswegs gefordert. Aber wurden US-Künstler und Sportler jemals so behandelt? Im Artikel »Ausstoß russischer Sportler im Olymp der Doppelstandards« haben wir dazu geschrieben, »Wurden US-Sportler ebenfalls dazu genötigt, sich öffentlich von den zahlreichen US-Kriegen und von ihrer Regierung zu distanzieren?« Diese Praxis soll hier aber keineswegs eingefordert werden. Auch US-Sportler müssen meiner Meinung nach von der politischen Instrumentalisierung befreit bleiben. Dann verbietet sich aber die gleiche Handlung gegenüber den Russen, zumal eine Verurteilung der Russen bei gleichzeitiger Duldung der erheblich gravierenderen US-Kriegsverbrechen die Welt moralisch auf den Kopf stellt. Derweil machen sich in Deutschland laut Medien namhafte Vertreter aus Politik und Wissenschaft in einer sogenannten Frankfurter Erklärung für den Aufbau eines Ukraine-Zentrums in Frankfurt-Oder als Forschung und Lehreinrichtung stark. Initiatoren und Erstunterzeichnende sind etwa Julia von Blumenthal, Gesine Schwan und Roderich Kiesewetter. Die Süddeutsche Zeitung erwähnt noch den ukrainischen Botschafter Oleksiy Markaev, Marie-Louise Beck und Ruprecht Polenz. Noch gäbe es keine festen Finanzierungszusagen, aber das Interesse bei Stiftungen, Außenministerium, EU und Bundestag sei groß, heißt es in Potsdam. Eine solche Komprimierung von akademischer Lehre, Politikberatung und EU-Beitrittsförderung sei in Deutschland präzedenzlos. Sogar die SZ fragt. Aber steht politische Lobbyarbeit selbst für ein so schönes Ziel wie den ukrainischen EU-Beitritt nicht doch recht quer zur akademischen Unabhängigkeit? Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.